es noch nicht lauter machen sonst ist das intro weg erst mal ganz kurz so wir spielen Earth 2041 HD also wir können bei dem mit einer Aufregung von 1280 spielen im Menü scheinbar noch nicht und es sollte so weiter funktionieren ich lasse jetzt erstmal das Intro laufen habe ich nämlich auch noch nicht gesehen ich hoffe es ist nicht zu laut weiss wir müssen jetzt auf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stimme meiner Truppen wird behaupten, wir sind auf jeden Fall die Roboter, die Eurasik-Dinestien. Das sind wahrscheinlich Menschen oder so. Geht mal weiter, Leute, weiter, da sind Gegner. Oh, was machst du, komisches Auto? Hallo! Neh, wir fahren mal an. Ziel gespeichert! Nee, war eigentlich nicht derzeit, komm! Ich hab das Gefühl, dass wir dann in Barbar werden, hat unsere ganzen Banden verloren. Ziel gespeichert! Ziel gespeichert! Ziel gespeichert! Ziel gespeichert! Ziel gespeichert! Ziel gespeichert! Beleid! Ziel gespeichert! Oh, das ist ja ein Bestippler! Ziel gespeichert! Oh Mann! Oh Mann! Ich hab davon nicht noch mehr! So viel hält unser Auto wahrscheinlich nicht mehr aus! Ziel gespeichert! Schau mal, ob es hier irgendwas gibt! Schau mal, ob es hier irgendwas gibt! Okay! Okay! Nur schon ganz unser, oder? Ich hab hier irgendeinen weißen Punkt aufgenommen. Noch einer von uns, ey! Ziel gespeichert! 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 Das war jetzt nicht so optimal, wenn ich überhaupt nicht! Ich schicke mal wieder welche Bescheinste, dass das Auto ab wird! Und so. Das ist voll schwer! Mission fehlgeschlagen! Wie machen wir das im Döfsten? Jetzt machen wir mal das Auto voll! Schauen wir mal! Ich bin jetzt mal oben rum! Okay! 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 Ich denke so wenig aus! Wir sind alle so einzulärmischen Mittagsstunden! Was ist das blöde Auto? Unabding befasst! Blöde Auto darf nicht von unseren Mitteln schießen! Wir sind doch nur zwei Mitteln schiessen! Dreh! Das ist doch kacke, wir sind noch so viele gebt noch Das wäre natürlich ein bisschen doof Das wäre natürlich ein bisschen doof Ok Das ist doch ein bisschen harmoniert Video Speichert Ich muss aber die Noten zerschlafen Hier wollen wir treffen Viele Kameradmänner noch einmal Oh, ist das Auto langsam mal mit dem Wendel Ok, ok, wir haben wieder bloßes Auto Ich scheine ja nicht zu schießen Ok, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall noch Kleinen Truppenmänneln Und auch diese komischen Granatmänneln Hier muss irgendwo ein Garaus machen Hier auf dem Feld stehen die Hier muss ich versuchen Die Männer im Einzelnen aufzudecken Aber die scheinen relativ mittig zu stehen Ich bin schon in der ersten Mission scheitern hier Ich bin schon in der ersten Mission scheitern hier Ok Ok Das heißt, wir sollen ein Hauptgebäude übernehmen Was ist das? Was ist das? Neues Auto Ich muss auf jeden Fall ein paar mehr Truppen Noch zwei Autos Der Lapp ist wieder nicht sehr groß Aber dann muss ich mal eine Basis einnehmen Hey, nicht abhauen, mein Freund Nicht abhauen Ok Wieso fahrt die Autos völlig wahren? Das lang Was soll das? Ich hab das hier in der Mitte Und Äh, hallo? Junge Komm Los Wieso gespeichert? Wieso? 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 Mö Wieso? Hör Das ist ja so effektiv gegen Männer, gegen Rolls Hör Wie hörst du denn das Ding? K100 Die Basis muss ja hier irgendwo sein Ziel erfasst Ziele speichert Ziel erfasst Der Worte will ja Ziel erfasst Will rein Okay Ah, hab die Basis gefunden Okay rein, okay rein Los rein 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 rein, meine Freunde Missions Ziel erfüllt Der erste Versuch So, sie übernehmen mit sofortiger Wirkung die Kontrolle über die C Was über den C-17 Stützpunkt in Lage In Lake Foro Der Brückenkopf in ihrem letzten Auftrag hat sich als Täuschungsmanöver entpuppt Die Truppen der ED haben zwei kleine Stützpunkte in Lake Foro errichtet Und eines unserer Labors Eine Was eines unserer Labors einnehmen können Zerstören Sie diese Labor Was dieses Labor Sand der Besetzung und aller wissenschaftlichen Einrichtungen Und übernehmen Sie Die beiden Bio-Center des Gegners Wir werden sie für den Wiederaufbau von Lake Foro benötigen Okay Wir müssen ein paar Energie Jetzt können wir auch was bauen Energie aus Energie an Wir müssen sie übernehmen Wir müssen sie übernehmen Die beiden Weitere Schützgrund wird angegriffen. Ähm. Schützgrund wird angegriffen. Ja, ich sehe es. Schützgrund wird angegriffen. Schützgrund wird angegriffen. Instandsetzung begonnen. Schützgrund wird angegriffen. Ähm. Energie aus. Schützgrund wird angegriffen. Schützgrund wird angegriffen. Schützgrund wird angegriffen. Selbstzerstörung in Standsetzung begonnen. Selbstzerstörung aktiviert. Selbstzerstörung aktiviert. Erwerbnet verloren. Wo haben wir die Todsung? Es ist erledigt. Jawohl. Gehe. Jawohl. 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 Schützgrund wird angegriffen. Schützgrund wird angegriffen. Schützgrund wird angegriffen. Wie schon. Schützgrund wird angegriffen. Schützgrund wird angegriffen. Schützgrund wird angegriffen. Kein Zeit. Wir wollen doch wieder ein Leitensbetten, dass wir hier vom... Die Position abgeschlossen. Die Position ist wie eine Kaserne irgendwo. Die Position abgeschlossen. Die Position begonnen. Die Position abgeschlossen. Sie verspeichert. Die Position begonnen. Die Position abgeschlossen, зовут Wärtspunkler. Die Position abgeschlossen. Die Position Regionsg Website etwas in der Saut춰spunkler. Die Position ist wie eine Kaserne erérein. Den wir das nicht短ential. Schützpunkt wird angegriffen. Schützpunkt wird angegriffen. Schützpunkt wird angegriffen. Das ist echt nicht einfach. Ja. Also. Ähm. Hallo Spiel? Schützpunkt wird angegriffen. Selbstzerstörung aktiviert. Selbstzerstörung aktiviert. Oh yeah. Mission fehlgeschlagen. Ja. War nicht wie ein Wettelbau. Produktion begonnen. Produktion abgeschlossen. Produktion begonnen. Produktion abgeschlossen. Okay. Ja. 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 Das ist ein Stütz-Turm. Das ist ein Stütz-Turm. Ah, das ist ein Stütz-Turm. Okay. Aber wir können keine Spawn, oder? Ach, das ist ein Stütz-Turm. Oh, ja. Das hat ja auch schon so ein bisschen die Stütz-Turm. Okay, okay. Okay, wir können inwiefern mehr mehr ein Line auf einmal bauen. Okay, wir können inwiefern mehr mehr ein Line auf einmal bauen. Das sollte schon sehr hilfreich sein. Das ist ein Stütz-Turm. 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 Elektronik macht den volk freundlicher Ja, ich bin hier. Bereit, bitte. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ziele befassen. 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 Wenn ich hier reinkomme, einfach stehen kann, wo man bloß die Spitze vom Züge kämpft. Hier stehen überall Gegner dabei. Hier stehen überall Gegner. Hier stehen überall Gegner. Hier stehen überall Gegner, aber ganz schön verkleinert. Hier stehen überall Gegner. 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 Was ist das? Was ist das? Sehr gespeichert. ERG aus, ERG an. Ergärtsymbol ist hier. Selbstzerstörung aktiviert. Bereit. Mission fehlgeschlagen. Puh. Das ist echt nicht ein. Das ist richtig. Ich denke, das ist die Zeit, wenn man ins Pause-Benny kommt. Also, so hält man nicht. Ich werde eine kleine Pause machen, oder? Das ist sowieso nichts. Ich würde sagen wir probieren das andermal noch mal. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ist das bis jetzt noch nicht so mein Fall. Wir werden als nächstes werden CC-Face snappus probieren. Die kenne ich natürlich auch. Ich weiß überhaupt nichts mit welchem wir anfangen. Diese Musik in dem Spiel ist auch furchtbar. Ich habe wie eine Watteschleife für ein Telefon hier. Meine Güte. Okay, also mit dem Spiel haben wir erstmal Schluss. Als nächstes kommt ein Commodore Conker dran. Wir werden mal sehen, was wir weiter spielen. Aber ich nehme an, wir werden erstmal mit dem alten Commodore Conker Teil anfangen. Ich bin ja am besten gegangen. Gleich soweit erstmal. Have fun!